Heute könnte uns hier ein echtes Highlight ins Haus stehen. Es ist ein Duell, wie es spannender kaum sein könnte. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Weserstadion. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Begegnung. Wolf Fuss und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Könnte eine packende Partie werden. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Klasse Angriff. Aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Das ist jetzt eine Chance. Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Ja, da müssen Sie aufpassen. Er geht dazwischen. Guter Pass. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal von dort aus treffen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt könnte der Pass kommen. Starke Aktion verteidigt hier den Ballbesitz. Die Riesenschance. Ja, das hat nicht lange gedauert. Und dann geben Sie die perfekte Antwort. Machen den Ausgleich. 1-1. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja, sehr dribbelt stark. Macht das richtig gut. Den Ball hat er. Jetzt in der Anspielstation. Er ist da, geht sofort runter. Überhaupt keine Gefahr. Die Ecke kommt. Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Da passt er auf. Ball geklärt. Schön dazwischen gegangen. Lang. Hans Warnacken. Ist das die Möglichkeit? Warnacken. Ein unfassbares Tor. 2-1. Hier ist noch alles drin. Nachspielzeit eine Minute. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Er zieht ab. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. So, Pause. In dieser Partie nach Durchgang 1 heißt es hier unentschieden. Die Gäste können noch nicht zufrieden sein. Das beste Defensivteam hat sich heute doch ungewohnte Nachlässigkeiten erlaubt. Im ersten Durchgang zumindest. Das hätte ich in dieser Form nicht erwartet. Steht doch sonst immer so stabil. Aber das waren ganz schöne Lücken heute. Zwei Gegentore. Und so im Moment dieses Unentschieden. Darüber sind sie nicht wirklich glücklich. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitzfußball ist das Ergebnis von hartem Training. Keita. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Manaken. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Das macht er ganz energisch. Er hat den Ball. Gute Aktion. Super Tag legen. Sieht vielversprechend aus. Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Vielleicht die Führung jetzt. Tolles Spiel. Auch das wieder. Ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die Führung zurück. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss. Und sie haben die Führung. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass, um Pass, um Pass, um Pass, um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Und das mit einer solchen Entscheidung. Ja, das hat nicht lange gedauert. Und dann geben sie die perfekte Antwort. Machen den Ausgleich. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Und er hat den Ball. Jetzt gibt's Abstoß. Jetzt wechseln sie hier aus. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Vorstoß kommt zu früh. Das ist Abseits. Chance zur Führung. Oh, ganz starke Aktion. Ja, was für eine Parade. Sonderlob an den Keeper. Das Spiel weiter offen. Unglaublich. Kurze Variante bei dieser Ecke. Da muss er aufpassen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. Zwei Minuten sind's noch. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance hier. Doch noch die Führung. Wahnsinn. Das muss es doch eigentlich sein. Wir hören den Schlussfilm. der sie geht heute also an die gastgeber sieg am ende ein enges ligaspiel und man merkt ja auch sie atmen durch das hätte durchaus anders ausgehen können und das wissen sie es 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 Untertitelung des ZDF, 2020